ab haben wir in oben speichern das war mal zwischendurch speichern wir glaube auch mal sinnvoll natürlich über speichern auch natürlich es 15 prozent unglaublich gar nicht ich habe keine lust zu noch nicht ich will erstmal ganzen unterricht hier fertig machen das ist ja unterricht auch nicht um halb eins beginnt oder so nein der muss um eins erst beginnen was auch immer blöd weil da muss ich immer so lange warten und cut rein machen will ich auch nicht extra blöd sind denn hier die kommen wir gar nicht hier die klassen jobs da ich muss eigentlich wasser gar nicht mehr so lange gesehen Ja, vielleicht haben wir Sport Oder wir haben irgendwie einen anderen Unterricht Englisch haben wir, glaube ich, gar nicht mehr Der ist ja suspendiert worden oder so Ich glaube, das war das, ne? Wir sind die Nerds am Start Hinten an der Werkstatt sind ja die Diese Raudis und die Rocker Wie man sie nennen will Und wir haben Unterricht Und zwar, wo? Warte mal, ich komme doch hier auch rein, oder? Doch Jawohl, da kommt man von hier Und da kommt man schneller auch da rein Das ist natürlich auch geil Was haben wir denn jetzt? Englisch doch noch? Englisch 1 schon wieder? Ach ja, da habe ich ja letztes Mal nichts hinbekommen Ach, der ist wieder da Und ich hatte Nämlich Moment, 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 Moment Ich meine mich zu erinnern Ich habe das nämlich mit diesen Wörtern mal ausprobiert Und zwar eben hier in den Zettelwege Weil ich wusste gar nicht mehr, dass es Englisch noch gibt Auf jeden Fall irgendwo aufgeschrieben Weil, nämlich der Grund ist Nämlich ein bisschen blöd Immer die ganzen Dinger zu suchen Und deswegen hatte ich mir das so Mal aufgeschrieben Ähm, nee Oh, dass ich das jetzt noch auf dem schnellsten Weg finde hier Das wäre natürlich blöd Und dass ich schon wieder Englisch nicht hinbekomme Naja, hier ist es nicht bei Ich gucke mal gerade Hier unten drunter Denn ich habe ja genug Zettel Aber die meisten sind auch im Innern Mit irgendwas anderes voll geschmiert Ne Hm Ich habe das auf jeden Fall irgendwo aufgeschrieben gehabt Muss ich nochmal Moment suchen Weil es wäre besser Wenn ich das finden würde Als wenn wir uns damit prügeln Hier die ganzen Wörter rauszufinden Das dauert ja auch zu lange Ich glaube die Seiten lassen sich hier im Stich vielleicht hier hinter irgendwo müssen wir die wörter wieder raten tut mir leid dass ich gerade suchen musste ein bisschen krach gemacht habe hier und zwar erstmal hier scharf das war immer die maus in ruhe gut scharf auf auf falsch nein und zwar Halt Flach das gar nicht gibt es hier so als wort zumindest bestanden drei drei dingern also nicht als wir auch schon mal zumindest bestanden haben auf jeden fall irgendwas mit okay mit vier und paar mit drei noch mit drei wüsste aber gar keine keine ahnung auf jeden fall bestanden haben wir ja was anderes wüsste ich jetzt noch nicht mehr naja bestanden haben wir ja und ich dachte ich hatte irgendwo die zettel hier rumfliegen komisch hauptsache bestanden würde ich sagen hauptsache bestanden ob sich wurde gelobt gerade eben naja ich hätte jetzt ich finde sie mal beim nächsten mal was wir da rausbekommen was wir als nächstes schaffen waffel entschuldigungsbonus freigeschaltet unterricht geschafft jetzt machen wir die zuehl das wäglow kennen beim ist sie müssen auf jeden fall alles fertig machen der spiel durchkriegen wie aus von gary hören den blick in die neuner reinhauen zu sagen märkte immer irgendwie noch hin wäglern dp wäglow wo ist oh jimmy es ist ja wäglow du wäglow gary jetzt er hat er die meisten der Schule gegen dich und hat die rügelige Kinder zu schicken die dich zu schicken gärle wird was kommt ihm was ist wäglow mit du nöhn wäglow 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 wie ein loser jemand in wäglow was wäglow 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 ja gärle wäglow Ich bin jetzt zurück in meinem eigenen und ich bin zu cool zu sein und ich bin zu dorky zu sein. Du bist nicht auf deinem eigenen. Woher ist jeder? Auf der Bikesrace in Old Bullworth Vale. Bei schweigen Bikes auf der Beach. Bikesrace? Warum nicht du so sagst? Komm schon! Kommt Pete die doch mit? Pete Pete Parker. Ja, besorge dir ein Rad. Boah. Peter! Boah, ich kann mit dem Fahrrad hier nicht fahren. Das ist doch ungelogen hier. Na geil, hier kann man sogar mit schlagen. Boah, Klimel kann man nicht. Ach ja. Die Polizei hat mal eine Karre gerammt hier. Geilen Motorroller, den will ich auch mal haben. Oh, sorry. Hier unten müssen wir hin. Ob ich das hinkriege? Ich glaube eher weniger. Da können wir hier nur Pro Apps. Oh, muss man sich auch voll konzentrieren hier mit dem Fahrrad. Ja, wirf mich noch mit Eiern ab. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger an Tastaturen zu spielen. Auch mit dem Handling hier, weil du musst immer lenken und da musst du eh drücken, obwohl du wieder frontal lanken musst. Das ist, naja, ganz nicht ganz ausgereift mit der Tastatur. Und wenn man dabei sagen kann, hier kannst du ein Gamepad benutzen oder kannst du einen Controller benutzen, wäre ja ein bisschen einfacher gewesen. Aber naja. So, so kriegen wir auch ein bisschen von der Stadt hier zu sehen. Na, guck schon. Siehst du, das meine ich, da fährst du frontal und dann musst du wieder um die Kurve fahren. Und das kriegst du manchmal nicht hin ganz. Wo kommen die ganzen Straßensperren her? Das würde dich mal interessieren. Eine Runde. Ey, komm, ich habe den nur angefahren. Das wollte ich doch nicht. Sorry, ey, aber... Kann das jetzt nicht mal weggehen? Komm schon. Meine Güte, gib mir den Sack. Komm schon. Haben wir jetzt gewonnen oder nicht? Oh, alle Polizei, ey. Okay. Und hoffentlich sind jetzt meine Gewaltoptionen rechts weg, äh, Christenrappe. Gehen wir mal rein. Strandkeilerei. Ja. Ja. Du willst einen C-785. Dann, das wegschrauben und wiederholen mit einem 767. In Titanium. Sehr günstig. Aber es wird deine Maschine fliegen. Das ist das, was die Pros machen. Wirklich? Ich hatte den 976, weil ich dachte, es würde mich sehr wichtig sein. In meiner Gruppe. A 976? Was? Eine Frau? Oh! Hier ist der Mann, der gewinnen. Sie sind in der Runde. Hey. Sie kam für die Trophäe, huh? Ja. Hier ist sie. Schön. Meldet in Plastik, in Aluminum wrap, mit deinem Namen misspelt. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fun turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Let me see. Come on. Hey! Give me that back! Achja, muss ich mich mal um die kümmern hier. Hey Jimmy. You want some help handling those losers? Oh geil, Ricky is here. Oh nein, 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 nein. Das riecht jetzt schon voll nach Ärger. Cool. Vom agguenze ich mal um die Anfänger, das war alles gut gegangen. So damn ich, ich glaub nicht, ich hab das alles drauf gemacht. Wow. Was ist das denn? Das ist es noch hart. Du bist da. Du bist da. Was ist das? Du bist da. so radtrennen freigeschaltet wurde auch zeitig wieder mit der Szene das wird ja sowieso nachher wie bei dem anderen erstmal schön hochgehen was willst du seh ich denn aus als würde ich das machen hier ich kümmere jetzt um die nächsten ziele hier wo sind die denn eigentlich einer nach schule und einer frontal am jam jam markt die brain da war brandy aber ich habe keine zwege zerstört glaube ich 1 2 oder so mehr aber auch nicht glaube das können wir sogar nachgucken statistik kam sozialen spiele inventar vielleicht da wählen ein er ist eingenommen aber auch nicht sechs stück